So, wie schaut's aus? Fangt mal an mit dem Charme Hotel, dass ich euch beweisen kann, dass Adventure Buddy und PJ Adventure nicht dran schuld sind, dass das Charme Hotel vor mittlerweile drei Wochen abgebrannt ist. Ja Freunde, bevor wir jetzt aber loslegen, ein klein Reminder. Checkt unbedingt mal Y-Food ab. Y-Food gibt's immer wieder mal in verschiedenen Spezialsorten, aber die Basics wie Banana, Vanille, Schoko oder Erdbeer gibt's dauerhaft. Und ja, mit dem Rabattcode EXPLORER10 erhaltet noch mal zusätzlich 10% auf den kompletten Warenkorb und erhaltet damit eine vollwertige Trinkmahlzeit. Y-Food ist ideal für Reisen, Aufflüge oder sonstige Outdoor-Aktivitäten. Also, folgst den Link unten in der Videobeschreibung, da erhaltet noch mal alle Infos. Kommt auch mit dem Link direkt zu Y-Food und denkt an den Rabattcode EXPLORER10. Und jetzt geht's weiter. Mal zur kleinen Vorgeschichte. Charme Hotel ist gegründet worden oder ist erbaut worden Anfang der 70er. 73, 74 ist es gebaut worden. Da war es dann ein Hotel von Siemens für die Siemens-Mitarbeiter. Das hat Siemens relativ oft gemacht. Wir haben viele Hotels hier in Deutschland, die Siemens gebaut hat, für seine Mitarbeiter. Irgendwann hat sich das halt einmal aufgelöst, dass man für die Mitarbeiter Wohnungen, doch Hotels baut, Erholungshotels für die Mitarbeiter. Dann ist es verkauft worden und dann ist es wieder verkauft worden und dann ist es 2014, was ich jetzt heute auch erst erfahren habe, was ein bisschen widersprüchlich ist. Widersprüchlich? Widersprüchlich ist, weil angeblich, nachdem es gebrannt hat, hat es geheißen, es hat ein belgischer und ein holländischer Investor, der sich nicht mehr darum kümmert. Aber jetzt habe ich gerade gelesen, dass es in arabischer Hand ist. Widersprüchlich. Ja, danke. Geschlossen hat das Schamhotel, also ich habe hier eine kleine Liste gemacht, dass ich ablesen kann. Nicht, dass ich meinte, ich habe das alles im Kopf. Geschlossen hat das Hotel 2016 schon und da gibt es von 2015, gibt es allerdings schon eine Anzeige, die da heißt, Habischrieder Hotel steht vor einem Neustart und in dieser Anzeige steht, der Betriebsblablabla, genau, Geschäftsführer sind Doktor, den Namen kann man gar nicht aussprechen, Muwa, Fuck, Amen, Jad und Jad, Amen, Jad aus Saudi-Arabien. Also die haben 2015 das Ding angeblich gekauft und haben ein Stammkapital von 1,7 Millionen. Leider hat es 2016, also genau ein Jahr nach dieser Entscheidung, dass es diese Saudi-Arabien gekauft haben, weil da sollte, hätte angeblich wieder neuer Schwung reinkommen. Aber da stand schon mal in den Zeitungen, das ist übrigens die Passauer Neue Presse, die kennt da unten in dem Bereich wahrscheinlich jeder. Also es soll ja heute noch Leute geben, die Zeitung lesen und die, die es nicht lesen, haben halt die Zeitungsberichte im Internet. Übrigens, wie heißt es eigentlich ein Zeitungsbericht? Eine Zeitung? Ist ein Zeitungsbericht. Wie nennt man einen Zeitungsbericht im Internet? Internetbericht? Hältst du bescheuert an, oder? Schreib es mal in die Kommentare. Wie nennt man einen Zeitungsbericht wie diesen im Internet? Zur Verteidigung, die Zeitung konnte auch nicht ahnen, was dann passierte. Zur Verteidigung, die Zeitung konnte auch nicht ahnen. Das sind genau die Idioten, die das Hotel mit Ortsangabe, Straßenangabe und Hausnummer ins Internet stellen müssen. Aber es geht ja noch weiter. Zeitungsbericht online. Danke, Stefan. Oh, online Zeitungsbericht. Newsbericht vielleicht. Außerdem muss eine Zeitung auch ordentlich Bericht erstatten. Dazu zählt halt auch die Ortsangabe. Ja, aber das ist halt, warum hacken sie dann alle auf den Felix rum? Der Felix hat nur ein Video gemacht, ohne Ortsangabe, ohne alles. Aber wir kommen ja noch zu einem Punkt, was der Oberknaller ist. Es geht da noch weiter. 2016 sind dann die ersten Fitnessgeräte geklaut worden. Und da steht in dem Zeitungsbericht drin, ich muss das blöde Ding immer hier rüberschieben. Das ist natürlich, wenn du die Fitnessgeräte da rausholst, dann ist das Diebstahl und ein Einbruch. Das Thema hatten wir ja auch schon mal. Das ist ja der Unterschied zwischen dem, was der Daniel und ich machen. Wir gehen ja ohne der Absicht, was mitzunehmen, da rein. Bei uns ist es ein reiner Hausfriedensbruch. Die Jungs, also die hier, die sind mit der Absicht dahin gefahren, weil sie mit dem Zimmerhalbtonne hochgefahren sind, um die Fitnessgeräte mitzunehmen. Also das ist Einbruch und Diebstahl. Und Einbruch und Diebstahl kann die Polizei sofort ahnden. Das, was der Daniel und ich machen, ist, ich sag's jetzt mal lediglich, nur Hausfriedensbruch. Da kann uns nur der Eigentümer an den Kahn pissen. Und wie wir hernach noch rausfinden werden, kommen wir dann noch dazu. Dann geht's weiter. Das war der Einbruch 2016. Und Ende 2017 gab's das erste Mal ein YouTube-Video vom Manuel vom Kanal Projekt History. Der hat das Hotel damals entdeckt und ich glaube, einer noch vorher, aber den habe ich jetzt gerade nicht gefunden. Also ihr seht, wo die Reise hingeht. 2015, beziehungsweise 2015 hat's geheißen, sie haben einen neuen Investor. 2016 hat's geschlossen. 2016 sind schon die ersten Gerätschaften da rausgeklaut worden. Da ist schon Randale da drin geschlagen. Da hatte ich das schon rumgesprochen. Dann 2017, Ende 2017 gab's das erste Video. Hausfriedensbruch ist ein sogenanntes Antragsdelikt, welches nur auf Antrag des Eigentümers bearbeitet wird. Ja, merkst was, Atze? Weißt, wo die Reise hingeht? Der Eigentümer vom Schamhotel, der hat sich faktisch nicht blicken lassen, weil er sich gar nicht blicken lassen konnte, weil er dem deutschen Staat Geld geschuldet hat. Das wussten natürlich auch viele. Deswegen kann ich ja da reingehen und meine Videos drehen, kann meine Fotos machen und und und. Aber was ich nicht machen darf, da reingehen und was klauen. Eigentlich ist es auch strafbar, wenn ich was zerdeppere da drin, weil ich beschädige fremdes Eigentum. Aber das geht dann, glaube ich, wieder. Ich bin kein Rechtsanwalt, da habe ich keine Ahnung. Ich mache sowas nicht. Ich zerstöre ja nichts. Deswegen habe ich mir da dann nie den Kopf gemacht drüber. Aber vielleicht weiß es der Daniel, wenn ich da reingehe und was zerschlage, wenn ich fremdes Eigentum beschädigen tue, wo der Eigentümer ja gar nicht kommen kann, weil wenn er kommt, muss er erst mal zahlen. Also kommt er ja gar nicht. Du hast ein Echo in der Übertragung. Manchmal kommt dein Bild und Ton in Fragmenten immer mal wieder doppelt. Müsste aber eigentlich jetzt stabil laufen mein Internet, weil ich habe jetzt hier keine Frame-Verluste mehr. Geht es aber wie ein Elefant durch die LPs? Nein, mir geht nicht wie die Elefanten durch die LPs. Es ist ja, wenn Scherben am Boden liegen und Bretter am Boden liegen. Naja. Aktualisiert den Chat mal. Achso, der D aus W soll den Chat aktualisieren. Gut, dass ich mir eine Liste gemacht habe. Ich glaube, es ist wirklich sehr kompliziert. Die Anzeige bekommst trotzdem. Die Schadenshöhe kann halt dann nicht ermittelt werden. Ja, die Anzeige bekommst du erst mal. Die Schadenshöhe kann nicht ermittelt werden. Also was passiert mit der Anzeige? Anzeige wird eingestellt, weil aus mangelnden Interessen des Eigentümers. Keine Ahnung. Also die Leute, die da eingestiegen sind und die Fitnessgeräte mitgenommen haben, die werden definitiv eine Anzeige bekommen haben. Weil die sind gefasst worden auch. So ist es ja nicht. Aber wir waren bei 2016 bei dem Einbruch. 2017 kam das erste Video von Manuel. Manuel. Projekt History. Kennt ihr euch in Mayoshan? Einfach oben in YouTube eingeben. Projekt History. Und dann das Hotel in den Bergen. Mittlerweile, glaube ich, hat er den Namen geändert. Aber wenn es auf seinem Kanal ist und gibt es Charme Hotel ein, dann kommt es direkt zu dem Video. Und das ist das allererste Video. Da gibt es noch ein. Aber den habe ich jetzt nicht gefunden. Aber ist auch egal. Man muss ja jetzt nicht das ganze Internet durchforsten. Und dann war ein Jahr, also über ein Jahr später, Januar 2019, hat der Adventure Buddy erst ein Video hochgeladen. Aber in der Zeit gab es ja schon wieder. Ich könnte euch 20 digitale Zeitungsartikel, Online-Zeitungsberichte zeigen. Von 2018 bis Anfang 2019, was in diesem Hotel schon alles passiert ist. Und dann haben wir hier 2000, genau 2018, ist das, ist das der Zeitungsbericht? Moment, muss ich schnell warten. Ah, genau. Dann kommt ein Zeitungsbericht, wo sie sagen, die Polizei tut sich schwer, mit dem Eigentümer in Kontakt zu treten, weil der angeblich in Österreich lebt. Also ich glaube, die wissen selber gar nicht, wem das Charme Hotel gehört. Die Polizei tut sich schwer, mit dem Eigentümer in Kontakt zu treten, der in Österreich lebt. Auch Bürgermeister Walter Nierschel ist mittlerweile schmarlippig, wenn es um das Verhältnis zu den Hoteleigentümern geht. Es ist nicht gewünscht, dass sich die Gemeinde einbringt bei der Suche nach einem neuen Nutzer, sagt er. Ich will Nierschel zumindest gefahren, jetzt will Nierschel zumindest gefahren abwehren, die aus seiner Sicht mittlerweile von dem Geisterhotel ausgehen. Ja, was soll er für Gefahren abwehren? Er kann eigentlich nur auf seine Kosten einen Zaun drumherum bauen, mehr ist nicht, mehr geht nicht, mehr kann er ja nicht machen. Er kann ja nicht in dieses Hotel reingehen und irgendwelche Kameras montieren, darf er ja gar nicht. Er darf ja eine Schraube in ein fremdes Haus bohren, also sind ihm ja da auch die Hände gebunden. Und wo sich die ganzen Leute dann ja noch relativ leicht tun, dieses Schamhotel zu empfinden, also den braucht man in YouTube ja auf Google ja nur mal Schamhotel eingeben, dann findet es man ja gleich. Und zwischen 2019 und heute gibt es genügend Videos, wo ganz offensichtlich Schamhotel Thema Nummer 1 war. Im Titel, im Thumbnail ein leichtes Fressen oder ein leichtes Finden für denjenigen, der da was klauen will. Dann gibt es eine Seite, das habe ich ja beim letzten Mal schon gesagt, ab in den Urlaub. Da kann man das Hotel immer noch buchen. Also die eine Seite, wo es mir letztes Mal gemacht haben, die ist jetzt mittlerweile offline, da geht es nicht mehr, da findet man nichts mehr. Aber ab in den Urlaub, Schamhotel, kann man immer noch buchen. Natürlich, wenn du jetzt hier, machen wir mal früheste Anreise, das haben wir ja beim letzten Mal auch gemacht. Gehen wir mal außerhalb der Saison, 9. bis 16. Oktober, 3 bis 7 Tage, 2 Erwachsene, Angebot suchen. Wenn ich dann klicke, da geht halt nichts. Naja, in dem System ist halt nichts gespeichert, wo die Zimmer frei sind. Also, oh, geht sogar. Naja, zu Ihren Wünschen konnten wir Ihnen leider keine Angebote vorschlagen. Bitte ändern Sie Ihre Suchkriterien im Formular. Ja klar, weil da keine Zimmer hinterlegt sind. Also kann ich ja nichts finden. Das ist ja ein System, was ich ja selber schon mal entworfen habe. Du musst ja da was hinterlegen, was gesucht werden kann. Wenn nichts da ist, dann findet er nichts. Aber nichtsdestotrotz, man kann es Schamhotel immer noch ganz eindeutig finden. Und was man ja beim letzten Mal gemacht hat, man könnte sogar noch Bewertungen abgeben. Wie das Hotel ist, da habe ich ja gesagt, beim nächsten Mal schreibe ich rein, schade, dass das Hotel abgebrannt ist. Oder es ist ein bisschen russig oder zugig. Es zieht durch Fenster und Türen, irgendwie so. Aber was die Oberkrönung ist, was ich eine absolute Frechheit finde. Und ich bin jetzt nicht unbedingt Fan vom Adventure Buddy. Das ist eher meine Frau. Aber da stehe ich trotzdem hinterm Adventure Buddy. Einfach weil er ein YouTuber ist und weil er seine Sachen gut macht. Es gibt nämlich eine Seite, das finde ich persönlich, wenn es den aufmacht, für eine bodenlose Frechheit. Hier gibt es nämlich eine Seite, da Hogan, Online-Magazin aus dem Void. Also typisch boerisch. Ich finde es super, dass du auch Hintergründe zu Los Plates machst. Das macht es super interessant. Ja. Danke. Danke, Jörg. Da Hogan als Online-Zeitung zu bezeichnen, ist genauso wie du Bild als Literaturmeisterwerk zu bezeichnen. Ja. Ich habe ja nichts bezeichnet. Da Hogan ist aus dem Void, ist für mich eine absolute Katastrophe, weil es ist unverschämt, ohne Ende, was die da machen. Machen wir weiter. Hausfriedensbruch. Erneut steigen Menschen in verlassenes Schamhotel ein. Und dann beschweren sie sich, bla 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 bla. Schreiben hier unten, Polizei warnt, hohes Gefahrenpotenzial und und und. Und dann kommt der Oberhammer, dann macht man einfach Werbung über ein Felix ein Video oder mit ein Felix ein Video. Tut da ein Felix ein Video rein. Ja. Mich wundert es nicht, warum der Felix das Video offline genommen hat. Weil der wird genügend Hate dadurch auch erhalten haben. Er hat auch viel Ruhm dadurch erhalten. Kein Thema. Aber er wird mit dieser Scheiße auch viel Hate. Weil jetzt geht ja jeder auf ihn los. Er ist dran schuld. Deshalb selbst ich in meinem Video, da sind einige Kommentare unten drin, die da sagen, der Felix ist dran schuld, dass das Hotel so ausschaut. Na, ist er nicht. Der Felix ist da nicht dran schuld. Die Presse, die Medien, die sind da dran schuld, dass das Hotel so ausschaut, wie es jetzt ausschaut. Aber weder der Felix, noch irgendein YouTuber, noch sonst irgendwas. Weder der Projekt History, es sind allein die Medien, die alles bis ins kleinste Detail da reinschreiben müssen. Und für den Außenstehenden, für den Zuschauer. Ja, der Felix ist schuld. Der ist schuld. Die machen ja YouTube-Videos. Die zeigen ja, wo es ist. Ne, eben ne. Seriöse YouTuber zeigen es nicht. Der Felix, der PJ Adventure, der Manuel von Projekt History, die haben alles verpixelt, was man da sehen konnte. Fabi ist da? Ei, Fabi. Ne, auch nicht die Medien. Entschuldigung, nur die Deppen, die eben dort randaliert haben. Ja, ist nicht schon klar. Aber durch die idiotischen Medien kommen die falschen Leute da hin. Ich meine nur, klar, die Medien müssen das machen. Aber ich will jetzt hier im Prinzip mehr oder weniger ein Felix und ein PJ, also ein Paul, in Schutz nehmen, dass die da nichts dafür können mit ihrem Video. Wenn mich nicht alles täuscht, hat ein Paul sein Video knapp 300.000 Aufrufe. Das Video von Manuel, Projekt History, hat nicht mal annähernd so viel. Das hat 67.000 Aufrufe. Ein Felix, ein Video, hatte damals 2019 oder 2020, wo ich das Video das erste Mal gesehen habe, 1,5 Millionen. Und das Video ein Jahr danach, hatte dann ein Jahr danach 1,5. Und das erste Video, hatte dann über 2 Millionen Aufrufe. Also es ist schon, das Hotel hat am Felix schon guttue. Braucht man nicht reden. Der hat da einige Abonnenten gekriegt und hat 2,5 Millionen Aufrufe auf dieses Video. Ein Jahr danach. Aber das sind nicht die Schuldigen. Aber ich habe euch ja gesagt, ich habe noch einen besonderen Knaller. Und zwar, wie immer das Beste kommt zum Schluss. Am 22. Juli ist der Antrag durchgegangen, dass das Schamhotel versteigert werden kann. Und am 23. Juli brennt die Hütte ab. Jetzt was? Jetzt liegt es an euch. Jetzt könnt ihr mal in die Kommentare reinschreiben, wie ihr über die ganze Sache denkt. Würde mich mal interessieren. Und naja, ihr habt jetzt auch noch einmal die Möglichkeit. Hier kommt es direkt auf meinen Kanal zu Twitch. Hier könnt ihr meinen YouTube-Kanal abonnieren, wenn ihr ihn nicht abonniert habt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in einem unserer nächsten Videos. Bis dann. Ich sage auf YouTube. Ciao, ciao. Und hier auf Twitch geht es noch weiter. Also, bis dann.